So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Mission oder zur neuen Folge zu Star Wars Battlefront, wieder mit uns in Wiggl, hallo Wiggl! So, wir machen die letzte Überlebensmission jetzt im Leben auf Nord, das ist äh Wüstenplanet, äh Wüstenplanet, Eisplanet! Wüstenplan! Ich warte auf, ah genau, äh Not, das sag ich ja Hot, mein Gott! Wahrscheinlich, weil ich Hot gelesen habe, habe ich automatisch an Heiß gedacht. Wahrscheinlich nennt man das in den Hut oder so, keine Ahnung, ich bin ja nicht so der Star Wars prophecies Ding aus, den ich kenne. Ich habe irgendwie maximal zweimal gesehen, maximal. Die erste Episode muss ich erst sagen, da habe ich mich eher auf den letzten dritten Teil bezogen, weil ich den halt besser fand, weil er halt anknüpft von den alten Trilogien war. Wollt ihr wissen, was aus Darth Vader passierte oder wie Darth Vader entstand? So, jetzt kann es von mir aus, kann es losgehen. Okay. Ja, aber Schorte. Ich wusste meine Waffen aus. Achso, die Waffen erst geladen, ich wollte schon sagen, kam nur. Schwer Blas hat schon nicht viel Schaden, aber Feuer hat sofort nichts, ey. Also, ich nicht also kein Ziel auf den Weg. Vielleicht tun wir die andere Waffen aus. Oh. Kontaktgranaten, okay. So, ich habe es. ja es sind nur granaten toll ich stehe mit der armbrust also granaten explodieren wenn sie aufschlagen also die grafik box am anfang mit dieser übertragung steht also lustig nach geht einigermaßen vorab so komisch die fisch doch kommen wir wissen nicht der kopf von hinten die waffe ist cool macht am maximal schaden aber ist nicht so schnell Kannst du das Geschütz hier benutzen? Oh cool! Cool Kommen sie? Ich komm, ich geh jetzt vorne Hä? Ist er drin? Wer siegt? Versorgungskapsel ist unterwegs! Versorgungskapsel ist ja jetzt irgendwo draußen, da oben wird hier voll einschlagen Die erste Kapsel ist gelandet. Wir müssen vor den Truppen des Imperiums bei ihr sein, um das Gebiet zu sichern und die Kapsel zu bergen Nach der Anzeige müsste es irgendwie mit dem Berg sein Ja mit dem Berg! Klar, sie ist nicht eingebrochen Ja, da ist noch Woah! Wohohoho! Wie schießen die? Ja da! Ja der Der Tuid ist nirgends mehr Bein an Granate geschmissen Hoho geil! Granate, cool Halt mein Zatt! Schade, wenn wir mit dem Auto halt fahren können So ein Schneemobil Es gibt Missionen, da kannst du doch gewisse Fahrzeuge fahren Eine Speedbike zum Beispiel Im Wald drin Blasterkanone, ok Woher kommen sie von vorne? Ja 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 Ich bin hier beladen Ich mach gleich fest Ich komme gar nicht dran du bist so echter stationär und kannst nicht wirklich was machen da nicht wirklich gerade tiffs ich hatte die kohle und die schnee sind vorgegangen und nach unten schaust sogar fußspuren hinterlässt du sogar voll cool oh oh atst wo ist er wo 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 da ja super die granate hat gar nichts gebracht das geschützt bringt überhaupt nicht sachen sachen und da ist aber keine richtigen waffen jetzt haben muss ich stärke oh man kann drei vierfeil auf einmal schießen oder in fast kein schaden scheiße das wird übel da kommt jetzt hier rein da komm ich rein oh ne weg scheiße aber wir können in die hintergänge flüchten verdammt verdammt boah endlich ey das erste ist es vorbei ja wir haben noch keine richtigen kanonen gehabt ja du mit der Pistole wir haben ihn in eine versorgungskapsel geschickt die Pistole macht mehr schaden als dein blaster es ist noch eine rettungskapsel gelandet was diese Seite wurde sogar so ich hab's gerade noch befürchtet dass du nahm vorbei kommst auch im schnee drin der der sagt wir sind Jetzt ist die Rettungskapsel in den Händen der Allianz. Sollen sie mal kommen. Man blasst das auch viel cooler als mit Pistolen. Aber ein Schuss, eine tot. Haben wir auch. Cool. Komm, gib mir was. Bewegung, Bewegung. Befeindliche Einheiten nähert sich. Ich bin gespannt, ob die jetzt kommen oder nicht. Ja, sie kommen alle bei dir, oder? Ja, super. Ich habe hier ein Schuss aufgestellt und dachte so, komm, kommt schon. Hau weg. Wo ist dein Herz? Soll er hier sein? Oberhalb irgendwo. Oberhalb vielleicht draussen. Muss draussen sein. Was hat er oben? Stock hier geht's hoch. Hab's. Sind sie wo? Unten. Unten. Aber damit ist irgendwie mit dem... Wach vielleicht nicht so heiß, weil... Ach so! Wie viel Überhitzung ist das? Gegen Überhitzung, jetzt verstehe ich. Über zur Kapsel. Oh, oh, du weißt. Boah, da ist ein Schütz. Was? Woher bin ich getroffen? Neben mir steht einer. Hinter dir. Boah, da sind ganz viele innen. Oh, nee. Ich habe so eine Granate gespissen. Die Sagen sind so krass, wie die, wo man bekommt. Okay. Das ist ja voller Schnee. Ja. Ja, super. Oh, Raketenwerfer. Jetzt kann der ATS-T kommen. Sie kommen innen, ne? Ja. Ja. Warton Feiertel, Disabelle. Sie sind schon viele, sie sind 7 und 8 in dieser Welle jetzt. Weil der ist aber zum Herz gelangt, sie sind alle mir entgegengekommen. Mir schaut der Herz an. Da hinten kommen sie. Loll, wer kann der jetzt? Er taunt er. Schade. Ich habe keine Granate geworfen. Ich fährt zur Kass... mit dem Kapten. Wo ist sie wo? Zu vorne. Da ist sie dann. Wir nehmen die Rettungskapsel in Besitz. Unserer Scanner zeigen eine weitere Welle an. Tam zu. Wir haben das Gewicht um die Rettungskapsel gesichert. Ok, mal... Kann ich dich treffen? Nein, ich kann dich nicht treffen, wollte ich sagen. Nein. Nein. Nein, oder? Jetzt verballerst du. So geile Waffen sind es nix. Ja, toll. Die können wir ja aufsparen. Dann kommt ein ATS-Team. Hier haben wir nichts Gutes dabei. Doch, ich habe es eine Rakete gehabt. Ja, aber dann hätten wir eine Rakete-Welf auch noch gehabt. Das ist doch schon fast letzte Runde, ey. Was hat das für eine Schwendung? Ich kriege einen Punkt, du hast Waffen gemacht. Nein, ich kriege keinen Punkt dafür. Das ist jetzt schon lange Zeit. Für Kills, ja. Sie sind gleich in Reichweite unserer Scanner. Ich kann nicht davon kennenlernen. Ich kann nicht davon auswählen. Es ist jetztOO-PG. Es wird weiss. Das ist alles. Das muss ich nicht in der Richtung angehen. Unsere Verteidigungslinie hat sie gehalten. So, es kommt bestimmt ein ATSC, denk ich mal. Was? Schon wieder? Ja, siehst du, haben wir doch genug. Lol, ich bin genau da an dem Platz gewesen. Das wäre geil gewesen. Kommen wir gerade aus und doch hier raus, aber fliegt hier rein. Von den Hilfen vorhin dann, wie ich behaupte. Jetzt kommt einer. Das ist der ATSC. Ach so, hinter mir war der. Da ist er. Ja, jetzt ist er weg. Das ist der ATSC. 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 Ich auch. Wir haben beide aufgeschossen. Ja, sehr gut. Gleichstand besiegt der Gegner. Na gut, egal. Nicht schlecht. Gleichstand. 51, 51. Klöner Abschluss würde ich sagen. Ah, cool. Nach 50 Minuten noch. Genau. Und hat der schon noch? Nein, auch nicht. Ja gut, war wieder mal sehr cool. Ich hoffe euch hat es auch gefallen, die ihr jetzt gesehen habt. Und ja, ich würde sagen, für das nächste Mal werden wir dann wahrscheinlich entweder mal sonst bisschen spielen. Oder schwer. Oder schwer. Und danach kommt Meister. Genau. Ich denke, wir könnten eigentlich nachher mal kurz noch ein Gefecht spielen. Und machen dafür viel Spaß. Na gut, egal. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.